Mason! Mason, bist du noch bei mir? Wurz, Tragowicz spielt mit uns. Wir waren im Arsch und das wussten wir. Ich konnte nur Bowman schluchzen hören. Er hatte aufgegeben. Konnte man's ihm übernehmen. Bowman! Ich bin müde. Und will es zu Ende bringen. Das meinst du nicht ernst, Bowman! Fick dich, Charlie! Bowman nicht! Du toter Amerikaner! Die letzte Chance! Spiel! Oder sterbe! Du machst mir keine Angst! Du alter Kommunist! Bowman! Bowman! Du verdammtes Arschloch! Der nächste! Ich bring euch alle um! Fass mich nicht an! Wurz! Scheiße! Mistkerle! Dafür werden sie bezahlen! Du! Nicht reden! Spielen! Wie lautet der Plan? Ich denke nach! Ich denke nach! Nicht reden! Eine Chance, Mist! Wir werden sie ergreifen, okay? Zurück! Du tätest mich nicht! Du erschießen, G.I. Du schießen! Fass! Dieses Mal! Dieses Mal mache ich es! Im lang! Bereit! Spielen! Spielen! Auf 6 und 8 Uhr! Bäm! Und schnappt ihr die Waffe! Komm! und die nächsten kommt er hier die asiatischen kröten ja hallo und herzlich willkommen es geht weiter mit call of the black ops und wie wir gesehen haben wurde gerade bowman bis zum tode erschlagen naja das ist echt ein drama aber wir haben uns gott sei dank aus dieser lage befreit und rennen direkt diesen russen hinterher ja was kann man hier als zu sagen wie wir uns gerade in so einem höhle ja diese wege hier sind sehr beengt ja wir machen uns weiter auf dem weg kommt her sagt 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 eine schöne granate und wie er lebt noch heute oder ja jetzt das war knapp zack nein ich muss in deckung doch haha komm herr du Opfer Sack Für Bomben Kommt her ihr Missgeburten Für Bomben Für Bomben Ok jetzt ist nichts mehr von ihm übrig geblieben Ja wir müssen hier hoch Ah Tageslicht Ja diese Szene kennen wir ja Haben wir ja schon mal aus dem Video gesehen Wir müssen den Helikopter kapern Ja das machen wir jetzt Ok Ok Ja wir haben jetzt alle ausgeschaltet Ok Ok Man kann diesen Heli auch selber steuern Äh Weil einige Keine Ahnung vermuten Dass das nicht geht Das geht Werdet ihr auch jetzt sehen Ich werde das mal links Äh Nach links und rechts lenken Als Zeichen Damit ihr seht Dass ich es selber lenken kann Und So Das war das Zeichen Nein Nein komm Ja Boah Boah ey die Explosionen sind sowas von phänomenal ey Richtig realistisch umgesetzt Richtig realistisch umgesetzt Guck mal ey Guck mal ey Ich stürze gleich ab man Krieg doch mal höher Och man Wollen wir so eine Kur vielleicht Klappt es ja jetzt Ey der geht immer runter Ich verstehe es nicht Ja Ja Wir haben ihn Also da unten sind noch weitere Kröten Und die haben wir jetzt auch Wow Raketen Yo Hahaha Und die Brücke haben wir jetzt auch zerstört Boah hier sind aber viele ey Kannst du jetzt auch mal krepieren Man kannst du jetzt auch mal krepieren Ja jetzt haben wir ihn Wow Das war ja Haben wir nochmal Glück gehabt ey Vorher gegen den Bergen kracht ey Nein Nein Schon wieder Da holen sie noch Weitere Gegner Davai Davai Je nach wo ihr blöds Boah Nein Schon wieder Nehli Ey Warum fliegt er jedes mal so rum nach unten ey Immer wenn ich mich diesen wehladen Helis nähre Na jetzt Ja Ja es fliegt noch weiter Komm jetzt Voll auf die Schnauze ey Hohoho Weiter 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 Zahltag Zahltag ihr Schweinehunde Ja wir müssen jetzt runter Ja weit hätten wir es auch nicht gemacht mit dem Heli Kurz davor Ja Ja die Schnauze mit dem das ist die so ist ein das ist das ist das ist Wir müssen uns nicht verstecken, Heiß. Die Gully ist richtig geil, auch im Multiplayer, das ist echt eine starke Waffe. Da lag doch nur ein Raketenwerfer und... Ja, toll, ey. Die schießen ja alle auf mich, ey. Komm. Mann, hier liegen so viele Waffen. Komm jetzt. Wo lag die nochmal? Ja, jetzt haben wir die. Komm. Zack. Na ja, die Waffe brauchen wir ja nicht mehr. Ja. 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 Boah, kommt einer mit einem Flammenwärfer, oder was? Wo? Da. Kommt her, ich werde euch alle kremieren, ey. Ich werde sie befreien.